Wir suchen dich als Fachkraft für Lagerlogistik, der wehrt dich bei Rheem. Rheem fertigt Anlagen für die Elektronikproduktion. Von der Automobilindustrie bis hin zur Medizinindustrie, Raumfahrt sind wir eigentlich überall vertreten. Rheem ist für Innovation bekannt, deshalb komm zu uns ins Team und du gestaltest mit uns in die Zukunft mit. Also wir haben jeden Tag eine neue Herausforderung. Ich kommissioniere Ware, wir sind für die Materialversorgung zuständig, dass auch alles just in time bei uns in der Produktion anläuft. Jeder Tag ist eine neue Herausforderung, kein Tag gleicht dem anderen und ich habe auf jeden Fall Spaß bei der Arbeit. Bei der Firma Rheem ist alles wirklich sehr familiär gehalten. Mir war immer wichtig, dass man gut miteinander kommuniziert, dass man auch ein freundschaftliches Verhältnis miteinander hat unter den Kollegen. Mir macht es hier sehr Spaß, ich fühle mich hier sehr wohl im Team. Wir sind ein großer Mix im Team, wir haben verschiedene Kulturen bei uns. So macht es auch Spaß, so kann man das Beste aus sich rausholen. Ich habe viele verschiedene Tätigkeiten, die mich auch wirklich mit Spaß erfüllen. Vom Kommissionieren bis hin zu verschiedenen Buchungen im System, Kommunikation mit anderen Bereichen. Man hat täglich die Herausforderung, das Material auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu liefern. Es ist umso erfüllender, dass wir auch die Macher sind, die den Laden dementsprechend am Laufen halten. Ich muss sagen, hier von den Arbeitszeitnähern ist das tipptopp. Man arbeitet nur in Tagschicht. Bei der Firma Rheem gibt es auch nur Tagschicht. Freitags hat man nur den halben Tag. Ein neuer Kollege sollte mitbringen, auf jeden Fall Spaß am Anpacken, Spaß am Arbeiten im Team. Er sollte Herausforderungen mögen und er sollte Lust haben, Teil der Truppe zu sein. Mit den Benefits bin ich sehr zufrieden. Rheem bietet eine große Bandbreite an Benefits an, auf jeden Fall. Beim Gehalt kann ich mich auch überhaupt gar nicht beschweren. Da bin ich wirklich voll und ganz glücklich. Und deswegen komme ich auch jeden Tag gerne zur Arbeit. Also das komplette Drumherum passt bei der Firma Rheem. Und es lohnt sich wirklich definitiv, sich hier zu bewerben. Willkommen im Team. Bewerbe dich jetzt bei Rheem Thermal Systems.